Einen wunderschönen, da bin ich wieder euer Odin und ich begrüße euch zu dem ersten Video über die PS4 kann man nicht sagen, ich habe ja das Unboxing gemacht, das zweite Video über die Playstation 4 und jetzt wollen wir sie einfach mal anschließen und nachher mache ich auch noch einen Festplattenwechsel. So, ich habe hier unten einen Ventilator, den kann man hier hinten auch separat an- und ausschalten mit einem USB-Anschluss, dass die auch schön gekühlt wird, weil ich mache die Playstation 4 momentan unten in den Schrank rein, bis ich einen Standfuß habe und dann kommt sie hier daneben gestellt. So, wir machen jetzt erstmal den neuen fetten Stromkabel ran, dann den HDMI-Kabel, so, haben wir, haben wir. Dann muss ich von, hier habe ich meine gesicherten Daten drauf, die werden wir auch gleich wieder herstellen. So, dann muss ich von meiner alten Playstation 4, also von der normalen, den optischen Kabel abmachen. Dann, der ist hier dran, der ist hier dran, da habe ich mit Kabelbinder nämlich alles festgemacht hier hinten, so, da habe ich nämlich schon den längeren, so, jetzt muss ich erstmal gucken, wie geht jetzt hier, und dann komme ich auch. So, mal gucken, ob ich den jetzt überhaupt hier sehe, ja, doch, da ist er. So, reicht er auch? Jo, der reicht auch. Das ist der optische Kabel von Ligavo, der schwarze mit den Metallenden. So, den machen wir jetzt hier drin, wo haben wir den, da. Zack, und drin ist er. Aber, wir brauchen auch einen LAN-Kabel, weil ich möchte die per LAN anschließen, beziehungsweise mit einem LAN-Kabel an meinen DLAN, der da hinten ist, um halt die beste Performance zu haben. Weil, weil, ach Gott, der natürlich, weil die Playstation, ach Gott, schneller mit LAN ist, als mit WLAN. LAN ist immer schneller als WLAN. So, dann haben wir den, jetzt müssen wir mal gucken, wie komme ich da jetzt ran, der ist hier, ach Gott, hier, da haben wir ihn doch. So, der ist auch lang genug, dass wir den hier anschließen können. Zack. Nun fehlt nur noch die Playstation-Kamera und da habe ich jetzt die Angst, also mein Stick für meine Tastatur. So, und da ist jetzt meine Befürchtung, dass die Kamera, beziehungsweise der Kabel für die Kamera nicht lang genug ist. Wo ist denn der jetzt? Scheiße, jetzt seh ich den LAN-Kabel nicht, äh, den Kamerakabel nicht. Wo ist denn der hin? Hoppala. Ach, hier ist er. Mittig. Mittig. Oh Gott. Das ist eine Arbeit hier. So. Ja, doch, könnte reichen. So, erstmal nochmal ziehen. Und dann da ran. Wie rum? So rum. Dann den USB-Kabel. Der wird später ersetzt. So. Jetzt muss ich die Kamera erstmal wieder festmachen. Und der Kabel reicht. Doch. Bin ich zufrieden. Bin ich echt zufrieden, dass der reicht. So, jetzt müssen wir aber noch den HDMI-Kabel da ist mir das Mikrofon abgehauen. Ja, da ist mir das Mikrofon abgehauen. Und Stromkabel. Ja, wo ist denn eigentlich mein Stromkabel jetzt? Jute Frage. Nächste Frage. Achso, ich muss ja sowieso erstmal die Steckdose anmachen. Oh. Okay. Oh. Mhm. Und die Karte letztendlich nur aufgeräumt. Ach, da hinten. Der reicht jetzt natürlich nicht bis hier raus. So. Fertig. Leck mich am Arsch. Jetzt müssen wir natürlich noch im Fernsehen. Welcher war denn jetzt? Der obere. Den oberen wegnehmen. Ich werde den natürlich auch nachher noch mal was anders machen. Und zwar werde ich euch mal zeigen, habe ich hier den Ligavo-Verteiler 3080001. HDMI-Splitter 1 zu 2. 4K 60Hz mit Edit habe ich hier dran. Wartet mal. Ich werde euch mal näher ranholen, dann kann ich euch das besser zeigen. So. Den habe ich hier dran. Hoppala. Ein bisschen zu weit. So. Und da geht einmal die Playstation 4 rein. Oh. Ne. Warte mal. Wo ist der Eingang? Ja. Hier. Die Playstation 4 geht hier rein. Das ist einmal ein Ausgang zum TV-Gerät. Hier. Also das ist einmal TV-Gerät. Und das geht zum Hauptaug. Was da hinten hinter der Schrankwand ist. Und hier das Dicke ist von der Playstation 4 normal. Dass ich praktisch das Playstation 4 Bild auf dem Fernseher habe. Mit dem. Und mit dem geht es dann zum Hauptaug, dass ich die auch aufnehmen kann, wenn was ist. Das werden wir auch noch anschließen und gleich testen. Oh Gott. Inwiefern das Funktion nuckelt. Weil viele gefragt haben. Hoppala. Weil viele gefragt haben. Funktioniert das auch mit der Playstation 4 und HDR? HDR? Ja. Mit dem weiß ich jetzt nicht, ob HDR geht. Aber es gibt von Ligabo welche, die auch HDR unterstützen. Das Problem ist, mein Fernseher hat kein HDR. Ich kann euch HDR nicht zeigen. Aber ich kann euch zeigen, dass 4K 60fps durchgehen. Und zwar nehmen wir uns jetzt einfach den Kabel. Weil die PS4 Pro geht nicht einfach so an. Wir müssen erstmal den Controller einstellen. Und das machen wir so, wie wir seit Playstation 3 gewöhnt sind. Wir schließen den Controller ganz normal mit dem USB-Kabel an. Und starten die Playstation. Ist doch die. Nee, geht nicht. Muss ich so machen. Erstmal über die Playstation. Oh, Mensch. Jetzt hole ich euch mal so ein bisschen rüber, dass ihr das sehen könnt. Jetzt leuchtet es gelb. Unten der Lüfter leuchtet auch ein bisschen bläulich. Die Playstation 4 hat jetzt vorne diesen blauen Button. Äh, diese blaue LED. So. Und hier steht jetzt praktisch, was wir jetzt eben gemacht haben. Den Controller mit Kabel verbinden. Den Playstation-Knopf drücken. Und dann stellen wir uns sonst mal auf Deutsch ein. Internetverbindung, Kamera einrichten. Ja. Netzwerk wird überprüft. Ja, jetzt natürlich. Oh. So. Berlin, 21.2.16 Uhr. Noch was? Ja. Medienwiedergabe. Einstellung. Videos abspielen nach 4 Stunden. Nach einer Stunde. Allgemeine Anwendungen. Bezieht sich auf Home-Bildschirm. Ja, lassen wir nach 20 Minuten. So. Und dann Stromversorgung über USB-Port. Immer. Mit Internet verbunden bleiben. Haken. Einschalten. Der Playstation im Netz aktivieren. Ja, ich mach kein... Das mach ich nicht. Brauch ich nicht. Angemeldung. Bleib. Angemeldung. Bleiben während des Roh-Modus ausgesetzt. Wenn die... Ja. Ja, machen wir auch mal ein. So. Akzeptieren. Ist abgeschlossen. Erlebe die Welt. Viel Spaß. So. Wir haben jetzt natürlich hier Benutzer. Wir gehen erstmal auf Benutzer 1. Und wie ihr seht, hier ist alles Software-Version 4.07, sagt er. So, jetzt müssen wir erstmal editen. Und hier unten haben wir jetzt. Systemmusik aus. Video-Einstellung. Auflösung. Und hier unten haben wir jetzt... 2.080p, 2.160p, YUV 420 und 2.160p RGB. So, TV-Größe, 55 Zoll, RGB automatisch empfohlen. Deep Color, aus, hier machen wir automatisch. So, Anzeigeeinstellungen, da können wir so noch anpassen. So, Audioausgabe, da will ich auf jeden Fall optisch haben. Und ich will Dolby 5.1, das ist das Einzige, was ich anklicke. So, und hier Bitstream Dolby, das mache ich. Wegen meines Dolby-Headsets, weil der optische Kabel geht zu meinem Dolby-Headset. Und da will ich natürlich den vernünftigen Sound hinhaben. So. Und jetzt gehen wir auf, wo war denn das? Ganz unten warte, glaube ich. Sichern und wiederherstellen. Da gehen wir rauf. Da gehen wir auf Playstation 4 wiederherstellen. Das USB-Speichergerät ist nicht angeschlossen. Jetzt schließen wir einfach mal die Festplatte an. So, und hier steht jetzt 6 Gigabyte. Jetzt, was? Aktualisierung, Software um. Ja, also ich muss jetzt erstmal die Systemsoftware aktualisieren. Bevor ich jetzt meine Playstation wiederherstelle, so wie sie waren. Jetzt sieht die Playstation natürlich aus. Geht auch gleich wieder an. Jetzt leuchtet sie noch weiß. Jetzt leuchtet sie wieder blau. Und da sind wir auch schon. Jetzt müssen wir kurz warten, bis... Och, geht ja aber ziemlich schnell, muss ich sagen. 55% jetzt. So, hier die Rucki-Zucki. Und nachher machen wir noch Festplattentausch. Da hole ich dann die Daten nochmal zurück. Erstmal will ich euch zeigen, wie das geht. Wenn ihr eure Playstation 4 dann, die... Wenn ihr schon vorher eine Playstation 4 hattet und die natürlich verkaufen wollt, müsst ihr auf der alten Playstation 4 das Dateisystem erstmal deaktivieren. Also die Playstation 4 komplett von eurem Account abmelden. Da müsst ihr dann auf Einstellungen und als nicht primäre PS4 machen und euren Account natürlich komplett darauf löschen. Leuchtet sie schon blau? Ah, da. So, Benutzer 1 Ja, ich will mich jetzt nicht im Playstation Network anmelden. Das machen wir überspringen. Das machen wir auch überspringen. So, und dann gehen wir hier nochmal auf Sound und Bildschirm. So, und jetzt haben wir natürlich hier auch HDR und Informationen über Videoausgabe. TV-Geräusse ist wieder nicht drin. So, Auflösung, RGB. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Y, UV oder RGB. Da müsste ich mich selber erstmal belesen, was da halt am besten wäre. So, und wenn wir hier gucken. Auflösung 3.840 zu 2.160 mit 60 Hertz, Farbformat RGB. HDCP 2.0, HDR auf dem Fernseher nicht unterstützt. Jetzt können wir natürlich hier auch das machen. Auch das klappt bei mir. Ach so, muss ich erstmal runter gehen. Zack. Und da steht dann natürlich Auflösung. Genau das gleiche. Farbformat YUV420. So, jetzt gehen wir einfach mal auf System. Gehen auf Sichern und Wiederherstellen. So, wir gehen auf Wiederherstellen. Die Aktualisier... was? Aktuell... was? Aktualisiere dein Software-System, um Funktionen zu verwenden. Später aktualisieren. Es ist bereits die aktuelle... Ach, ja. Ja, bei mir macht er jetzt diesen Fehler, weil, kann ich euch ganz genau sagen, weil meine Sicherung, die ich gemacht habe, auf meiner alten Playstation 4, ich da ja die 4.50 Beta 3 drauf habe, hier natürlich das normale Betriebssystem. Also werden wir jetzt hier erstmal... Ich werde euch mal kurz wegrichten, dass ihr meine Daten nicht seht. Und jetzt werden wir uns jetzt hier erstmal im PSN anmelden. Kontoverwaltung, anmelden. So, jetzt muss ich erstmal... Boah, was war mit Wertfinanz... Hier bis jetzt... Und wollen wir jetzt... Passwort, ach du Scheiße. Ich hoffe, das ist es jetzt. Hinweis, die Playstation-Network-Anmeldung wurde aufgespeichert. Deine Playstation-Network-Anmeldeinformationen wurden auf der PS4 gespeichert. Hinweis, wenn du dich das nächste Mal bei deiner PS4 einloggst, wirst du automatisch im Playstation-Network angemeldet. Ja, das weiß ich. So, haben wir das. Puh, so, Daten von einer anderen PS4 übertragen. So. Überprüfe folgende Voraussetzungen, bevor du weiterklickst. Die andere Playstation 4 muss eingeschaltet sein. Beide PS4 müssen LAN-Kabel mit demselben Netzwerk verbunden sein. Aha. Okay, dieses habe ich noch nicht gemacht. Das werden wir jetzt einfach mal testen, würde ich sagen. Indem wir die alte PS4 einfach auch wieder anschalten. So. Da werde ich die jetzt einfach mal auf den Computer HDMI packen. Na, komm da her. Ach, Mensch. Ach so, falsch rum. Richtig rum. Dann müssen wir die per LAN-Kabel anschließen. So. Dann nehmen wir am besten mal den LAN-Kabel als erstes vom Fernseher. Fernseher. So. Falsch rum. Richtig rum. So. Jetzt muss ich hier erstmal HDMI 2. da werdet ihr gleich ein anderes Hintergrundbild sehen. So. Da ist jetzt die Beta drauf. Beta 4.50 Beta 3. Und ihr seht ein ganz anderes Hintergrundbild. So. Dann Playstation. Ich hoffe, das funktioniert auch so. Weil die Playstation 4 Pro ist über DLAN angeschlossen. Und die Playstation 4 Normal ist über Devolo, über diese neue, was ich gestern im Video gemacht habe, angeschlossen. Gigabit. Also die Gigabridge. Aber alles geht am gleichen Router. So. PS4 wird gesucht. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, weil das habe ich noch nicht versucht. Ich habe mir extra meine Daten auf eine externe Festplatte gesichert. Muss ich da jetzt vielleicht bei der anderen PS4 was sagen? Nee, hier ist nichts. Nicht gefunden. Ja, ist okay. Machen brauchen wir nicht. Abbrechen. Ja. So. Bin jetzt auf jeden Fall angemeldet. Jetzt gehe ich auf, hier seht ihr, jetzt kommen wir drauf. System aktualisieren. Genau. System Software Update. Beta 4. Weiter. Was? Die Beta 4 schon? Abbrechen. System Software Update. Ja, Beta 4 soll er schon. Weiter. Weiter. Akzeptieren. So. Die Schrift muss ich mir noch anpassen, weil die ist jetzt, wenn jetzt so ein Fenster aufploppt, ziemlich dünn. Aber ich denke mal, die Einstellungen werden dann alle komplett übernommen. Geht eigentlich auch rucki zucki. Noch 99 Sekunden. Sind 339,9 MB. Ich bin jetzt schon bei 90 MB. 100 MB. Oh, das geht ja rucki zucki. Und ich habe noch nicht mal die Ports freigegeben. Da mache ich nachher erst das Video zu. Da werde ich natürlich nicht die Ports alle separat nochmal neu freigeben. Ich habe die Ports für die alte Playstation freigegeben. Da werde ich einfach nur in den Einstellungen von der Fritzbox die IP-Adresse von der Playstation 4 rausnehmen und die IP-Adresse der Playstation 4 Pro eintragen. Weil da sind die Ports sind ja alle da. Ich brauche halt nur die IP-Adresse umtragen. Das ist natürlich kein Problem. Geht schneller, als wenn ich die Ports einzeln nochmal mache. Und ich brauche nicht mit beiden Playstation High Speed. Also mir reicht das mit der PS4 Pro aus. Noch 35 Sekunden. Also ich muss echt sagen, selbst der Download läuft hier ohne Portfreigabe wesentlich schneller, als auf der alten Playstation 4. Noch 20 Sekunden. 15 10 8 6 5 4 3 2 1 Bitte warten. Wird installiert. Jetzt hat er alle drunter geladen. Jetzt wird installiert. Die Playstation wird automatisch neu gestartet. Auch das geht hier rucki zucki. Toll, jetzt habe ich die Thumbnails für das Update schon gemacht. Jetzt ist es die Beta 4 anstatt Beta 3. Jetzt muss ich die Thumbnails direkt nochmal neu machen. Na toll. Eigentlich hätte ich erst die neue Festplatte einbauen können, aber ich muss ja sowieso noch von der alten Playstation erstmal das Konto deaktivieren. Die Spiele gehen ja sowieso alle verloren. Hier will ich jetzt vorher nochmal gucken, ob wirklich alle Savegames da sind. Weil nicht, dass ich irgendein Savegame nicht in die Cloud hochgeladen habe oder irgendein Savegame nicht auf der USB-Festplatte ist. Und ich mich dann ärgere, weil ich bei Resident Evil zum Beispiel keine Sicherung habe. Weil ich will ja mit euch Resident Evil 7 weiterspielen. Ich habe ja alle DLCs. Ich habe mir den Season Pass gekauft für 29,99 oder so. Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube doch, 29,99. 2 DLCs sind schon da, verborgene Fotos 1 und verborgene Fotos 2 oder wie das heißt. 88%, 90, nee 91 sogar. Und 95, 97, 98, 99, 100. Playstation geht aus und logischerweise automatisch wieder an. mound. Und da. Und da. Aber. Update wird installiert. Das geht doch recht fix. Ich werde euch gleich noch ein paar wichtige Sachen zeigen, wenn ihr mehrere PSN-Konten auf einer Konsole habt, was zu beachten ist, dass ihr Playstation Plus vom deutschen PSN mit nach Amerika oder UK oder Österreich nehmen könnt, wenn ihr da Spiele runterladet bzw. DLCs, was ihr da beachten müsst. Also ihr könnt mit mehr als einem Konto Playstation Plus nutzen auf einer und derselben Konsole. Ihr müsst halt alle Konten, die dafür in Frage kommen, als primäres PS4-Konto aktivieren. Das ist sehr wichtig, weil dann könnt ihr in Österreich DLCs runterladen, Spiele runterladen und diese Spiele auch auf dem deutschen Account online spielen. Macht ihr das nicht, könnt ihr die nur auf dem österreichischen Account online spielen. Willkommen zurück bei Playstation. So, mein Konto ist schon mal da, weil das habe ich ja gemacht. Beta 4. So. Und jetzt wollen wir hier System. Hier unten war der da. System. Hier ist der PS4-Boost-Modus. Ermöglicht bei manchen Spielen. Ja. Boah. Boah, ist das toll. Vor der Einführung der PS4 Pro CUH 7000 Serie herkömmlich herausgekommen, sind Verbesserungen im Spiel bzw. höhere Bildfrequenzen, Schatten. Was schaltet diese Funktion aus, wenn beim Spiel ein unerwartetes Verhalten auftritt. Ja, das ist halt für ältere Spiele, um da nochmal was rauszukitzeln. HDCP aktivieren, können wir ruhig aktivieren. Ich habe meinen HDCP-Filter. So, sichern und wiederherstellen. Wir wollen wiederherstellen, das wiederherstellen, wiederherstellen. Die PS4 wird währenddessen, ja. Also die geht auch, die macht jetzt praktisch eine Wiederherstellung und geht dabei auch wieder an und aus. Die Lampe leuchtet jetzt weiß, also blinkt bis, ja, blinkt intervallartig weiß. Jetzt ist sie aus, die LED leuchtet trotzdem noch. Jetzt leuchtet sie blau. Wieder weiß, der Lüfter ist auch schon wieder an und leuchtet blau. Wiederherstellung, wird vorbereitet. Nicht wundern, dass es jetzt bei mir so schnell geht. Ich habe nur mein Dateisystem und die Savegames gesichert. Ich habe nicht die Spiele gesichert, da ich keine so große Festplatte habe, um alle Spiele zu sichern. Weil das sind, was hatte ich da drauf, 1,8 Terabyte oder so. Das ist doch das erste Mal, dass ich ein Dateisystem wiederherstelle, beziehungsweise mit externer Festplatte wiederherstelle. Da sagt er jetzt zum Beispiel an, jetzt sind 6,78 Gigabyte, dafür braucht er jetzt 10 Minuten, geht natürlich höher. Jetzt ist er wieder runter auf 6, auf 5 Minuten. Geht er hier fast im 100 MB Schritt voran. Selbst das funktioniert extrem schnell. Jetzt ist er schon runter auf 3 Minuten. Wir haben schon 1 Gigabyte, fast 1,5 Gigabyte wiederhergestellt. Also ich muss echt sagen, leistungstechnisch ist da jetzt ordentlich was draufgekommen. Wenn ich überlege, wie lange ich gebraucht habe, diese 6,74 Gigabyte erstmal mit der anderen PS4 herzustellen, das hat extrem lange gedauert. Und hier rennt die PlayStation 4 Pro geradezu los. 60 Sekunden nur noch. Ich habe schon über 3 Gigabyte hergestellt. 4 Gigabyte. Alter Scheiter, leck mich am Arsch, wie schnell ist das denn? Also der Blue hat mir das ja geschrieben, dass die PlayStation 4 im An- und Ausschalten und Spiele starten und allem drum und dran viel, viel schneller ist. Die PlayStation 4 nutzt jetzt auch komplett SATA 3. Die alte PlayStation 4 hat zwar auch SATA 3 drin, also SATA 3 Festplatten, wird aber automatisch auf SATA 2 runtergeriegelt. Und der Geschwindigkeitsboost, also der Gigabyte Arbeitsspeicher ist dazu gekommen und die Festplatte besser ausnutzen können, macht sich hier extrem bemerkbar. Also dass es so doll sich bemerkbar macht, hätte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gedacht. So, jetzt müsste es eigentlich wieder aus- und angehen. So wie beim Software-Update. So, jetzt ist er aus. Die Lampe leuchtet immer noch, weiß aber, also blinkt, intervallartig. Jetzt leuchtet sie wieder blau. Jetzt geht auch mein Lüfter unten drunter wieder an. Boah, Alter, Alter, Alter. Und schon ist das PlayStation-Logo da. Leck mich am Arsch. Restzeit 7 Sekunden. Alter, leck mich am Arsch. Ey, das ist doch nicht normal. Boah. So, Beta 4. Boah, mein Screensaver ist da. Also mein Hintergrundbild. So, erst mal den Controller wieder anschalten. So, dann wollen wir mal hier auf... Äh, wo war denn das? Da, Benutzer. So, dann wollen wir auf den AT-Account. So, dann gehen wir auf Einstellungen. Ach, wo war denn das? So, PlayStation-Network. Anmelden. Logischerweise sind wir da nicht angemeldet. Und... Jetzt muss ich hier erst mal... Oh, fuck, was hatte ich denn da als E-Mail-Adresse? Ich glaube, das war jetzt die Falsche. Ne, ich bin angemeldet. So. Und dann müsst ihr hier unten auf als deine Premiere PlayStation 4 aktivieren. Das wollen wir natürlich machen. Aktivieren. Zuerst hast du eine andere PlayStation 4 als Premiere PS4 aktiviert. Möchtest du diese PS4 zu Primären PS4 machen? Wenn du diese PS4 aktivierst, kann jeder, der sie verwendet, die Spiele spielen, die du im PlayStation Store gekauft hast. Ja. Das wollen wir natürlich machen. Aktivieren. So. Dann wieder Power, Benutzer. So. Und da wollen wir das Gleiche auch machen. Anmelden. Wieso hat denn der das jetzt nicht gespeichert, ey? Okay. So. Da haben wir das auch. Als deine Premiere PS4 aktivieren. Dann muss natürlich jetzt das Gleiche kommen. Aktivieren. Ja. Weil ich habe ja schon eine Premiere PS4 im deutschen Account. Zack. Aktiviert. So. Und jetzt fehlt uns nur noch, Benutzer wechseln, mein US-Account. Da habe ich zwar eine Strophe, aber da habe ich mir mein NS-Team runtergeladen. Das muss ja natürlich auch aktiviert sein. Was habe ich denn da als Passwort? Ich versuche mal das. Ich glaube, das war es aber nicht. Ich glaube vom... Ne. Ist falsch. Das dürfte auch nicht sein. Ne. Dann. Was war denn? Oh, da war denn da als Passwort, ey. Scheiße. Ne. Falsch. Ah, das dauert schon mal länger. Das hat geklappt. Yes. Confirm. Hier auf dem US-Account war ich schon lange nicht mehr. Mit den letzten Updates ist da halt eine dazu gekommen. So. Als Premiere PS4 aktivieren. Aktivieren. Zack. So. Halt. So. Mitteilungen. Wenn Freunde Party beitreten. Trophäen will ich haben. Spielbenachrichtigung. Download, Upload. Community kann weg. Zuschauerfragen anfangen. Übertragung. Events. Aktuelle Titel. Blockierte Szenen beim Aufnehmen von Screenshots. Live von Playstation will ich auch haben. Nachrichten will ich nicht haben. Nachrichten will ich nicht haben. Freundesanfragen will ich nicht haben. Aktivitäten will ich nicht haben. Und Einladung. Doch, Einladung will ich haben. So. Sonst wird es zu viel an Nachrichten. So. Und schon haben wir. Power. Benutzer wechseln. Die Playstation 4 so eingestellt. Und das heißt, ich habe jetzt überall als primäre Playstation 4 drinne. Ich kann jetzt mit meinem Österreich-Account ein Spiel in Österreich runterladen. Zum Beispiel diese Zombiespiel-Daying Light kann das auf meinem deutschen Account aber online spielen. Weil beide als primäre Playstation, also beide Accounts als primäre Playstation aktiviert sind. Ja. Ich bin so heiß drauf, wie das jetzt gleich wird beim Zocken. So. Das war aber jetzt erstmal für dieses Video. Jetzt werde ich gleich den Festplattentausch vorbereiten mit euch. Das heißt, wir werden auf der alten Playstation erstmal alles deaktivieren, löschen. Und die Festplatte braucht ihr nicht löschen. Weil die wird sowieso formatiert, wenn wir die in die Playstation 4 einlegen. Ich muss auch noch die Updates runterladen. Das mache ich dann. Dann muss ich mir jetzt erstmal einen Stick raussuchen. Und dann machen wir gleich einen Festplattentausch in der Playstation 4 Pro. Oder mit der Playstation 4 Pro. So. Bis dahin verabschiede ich mich erst erstmal. Ahoi. Sagt euer Odin.